Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch die besten 5.1 Heimkino-Soundsysteme, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also, bleibt dran! Filme und Fernsehen im heimischen Wohnzimmer fast wie im Kino genießen, das ist dank großer Flachbildschirme heute schon fast Standard. Doch der Ton der großen Bildschirme lässt fast immer stark zu wünschen übrig, da ein Resonanzkörper fehlt. So kommt am Ende doch kein Kinogefühl auf. Das lässt sich ändern, wenn ein 5.1 Soundsystem an das Fernsehgerät angeschlossen wird. Es besteht aus 5 Lautsprechern und einem Subwoofer. Damit kommt der echte Raumklang aus dem Kino auch nach Hause und versetzt den Zuschauer durch die beeindruckende Akustik mitten ins Geschehen. Insgesamt habe ich drei 5.1 Heimkino-Soundsysteme hier miteinander im direkten Vergleich. Welches am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit dem 5.1 Heimkino-Soundsystem von Teufel. Das Teufel Concept E450 ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Produkt. Beim Anhören von Musik konnte ich ausschließlich positive Ergebnisse verzeichnen. Ob Klassik, R'n'B oder Hardrock. Das Concept E zeigte sich stets von seiner besten Seite und erfüllte alle Aufgaben sehr zufriedenstellend. Beim Spielen von Spielen fühlt man sich wie mittendrin. Dasselbe gilt natürlich auch für Filme. Das Soundsystem macht den Film zu einem richtigen Erlebnis. Es verwandelt jedes Wohnzimmer für wenig Geld in ein Heimkino und der Filmgenuss steigt dadurch schnell an. Mein Fazit? Dieses Soundsystem ist einfach super. Es überzeugt mit einer wundervollen Soundatmosphäre und macht das Schauen von Filmen fast besser als im Kino. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall top. Mit überzeugenden 4,5 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass dieses 5.1 Heimkino-Soundsystem von Teufel ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch das 5.1 Heimkino-Soundsystem von Logitech vorstellen. Das Logitech Z906 5.1 Soundsystem bietet einen realistischen und detailreichen Raumklang bei Filmen und Musik. Es besteht aus 5 Satelliten-Lautsprechern, einem Sidefire-Subwoofer und einer Steuerkonsole. Die Lautsprecher sind stapelbar und es besteht die Möglichkeit einer Wandmontage. Das Display ist gut lesbar. Die Steuerkonsole bietet die Möglichkeit einer regelbaren Lautstärke sowie Geräte ein- und auszuschalten, Eingänge festzulegen und mehr. Das Lautsprechersystem hat verschiedene digitale und analoge Eingänge. Insgesamt lassen sich bis zu 6 Audioquellen anschließen. Dadurch können TV-Geräte, DVD- oder Blu-Ray-Player, Spielekonsolen und Stereoanlagen gleichzeitig angeschlossen werden und auch Smartphone, MP3-Player oder iPod lassen sich über einen Klinkenstecker verbinden. Das Logitech 5.1 Soundsystem bietet eine Spitzenleistung von 1000 Watt und eine effektive Leistung von 500 Watt. Der Frequenzbereich beträgt 35 bis 20.000 Hertz. Mit der integrierten digitalen 5.1-Dekodierung sollen Dolby-Digital oder DTS-Kodierter Sound in einen realistischen Raumklang umgewandelt und sogar 2-Kanal-Stereo in Surround-Sound verwandelt werden. Fazit Dieses Soundsystem ist einfach nur super. Mit einem günstigen Preis bietet es alles, was ein gutes Soundsystem bieten sollte. Es ist einfach anzubringen und sieht modern aus. Es verwandelt dein Wohnzimmer in ein eigenes Kino. Ich bin einfach nur überzeugt. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von 5.1 Heimkino-Soundsystemen möchte ich euch wärmstens das Soundsystem von Sony ans Herz legen. Der Aufbau des Sony HT-S40R Soundsystem gestaltet sich etwas anders als erwartet. Aber im positiven Sinne. Die beiden hinteren Lautsprecher werden mit einem eigenen Receiver verbunden, der wiederum mit der restlichen Anlage kabellos kommuniziert. So sparst du dir das Verlegen von Kabeln quer durch den Raum. Der Subwoofer hingegen wird per Kabel verbunden. Das ist dringend notwendig, weil sich an diesem auch alle Anschlüsse befinden. Damit lässt sich auch die Soundbar recht dezent platzieren, weil sie nur ein Verbindungskabel benötigt. Insgesamt zeichnet sich das System dadurch aus, dass abgesehen vom Subwoofer an Kabelverbindungen gespart wurde. In Kombination mit einem Bravia-Fernseher von Sony können der Fernsehton zudem kabellos gesendet werden. Zu dem Sound ist nicht viel zu sagen, außer hervorragend. Der Subwoofer funktioniert einwandfrei und das Soundsystem bietet ein einzigartiges Sounderlebnis. Mit starken 4 von 5 Sternen sind sich alle Kunden und Bewertungsportale einig. Bei diesem 5.1 Heimkino-Soundsystem kann man absolut nichts falsch machen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.